Was ist ein Geheimnis, eine Drohung und eine Verlöckung? Geheimnisse sind in den alten Planungen in Seoul zu Hause wie Mittelauber im Zeitalter von Rock und Hawk. Manchmal gelingt es den Ausdruck, wie das ein Geheimnis in Menschen schießt. Ein, so klein, beginnt es den Tanzanfall. Ein, so klein, beginnt es den Ausdruck. Wie lange sind Sie schon hier? Das weiß ich nicht mehr so genau, aber es ist der zweite Sommer, seit ich hergebracht wurde. Wie lange sind Sie schon hier? Das weiß ich nicht mehr so genau, aber es ist der zweite Sommer. Wie lange sind Sie schon hier? Das weiß ich nicht mehr so genau, aber es ist der zweite Sommer. Das weiß ich nicht mehr so genau, aber es ist der zweite Sommer. Wie lange nicht mehr so genau, als서 alle lieben Sie. Das ist alles Ruhe. Wer ist das? Das ist die Stimme des Lagerführes. Der Dr. Spann ist vor drei Wochen Spuren hoch verschwunden. Er verblieb das Institut, um sich etwas zum Essen zu kauen und kam nicht mehr zurück. Sein Welt erscheint mir jetzt in einem anderen Licht. Unsinn, mein lieber Chosa, Sie wissen ja, in einer Stadt verschwinden jedes Jahr Vieh-Menschen, 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 Vieh-Menschen. Sieg ... Sieg ... Sieg ... Untertitelung des ZDF, 2020